Jo Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, mit dabei ist heute der liebe Eskation Hi Boah Digga, man ich hasse das alter, wieso werde ich direkt angeschrieben wenn ich bei Steam online gehe alter, Steam ist die größte Scheiße So Leute, herzlich willkommen zu dieser Aufnahme Fortnite, heute, was ist denn eigentlich heute geplant? Heute haben wir vor meine Freunde, gemeinsam mit Eskation nur Loot Drop Waffen zu nehmen Ach ja Das heißt wir wollen heute hingehen Leute und nur Loot Drop, ja ich hab's dir eben schon erklärt Wir spielen heute nur Loot Drop Waffen Leute Natürlich muss das ganze am Ende Win sein, ich würde sagen lieber Tobias, wir gehen hin, starten das Spiel Und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen, oder? Ja Ich hatte auch überlegt euch bei Moisty Meier runter zu gehen in der Wailing Woods, halt einen schönen Holz zu farmen erstmal Aber ich würde sagen, wir machen das genauso wie du gerade gesagt hast, fliegen erstmal ein bisschen in der Mitte der Karte in der Luft herum Und warten quasi bis die Loot Drops kommen, fliegen zu den Loot Drops hin und dann holen wir jetzt den Win Okay, 3, 2, 1, raus und Fallschirm aufmachen Hi, na? Alter ist das langsam Und Tobi, gegenüber von dir Alter komm mal, komm mal ein bisschen runter Flieg mal direkt vor mich, dass wir so zusammen so quasi Kopf an Kopf sind Nee, warum Dann machen wir eine ganz romantische Szene, komm Hey Tobi, na? Hey wie ich wollte dir schon immer was sagen Was denn Tobi? Wir hängen hier gerade in 1000 Meter Höhe, ja? Äh, ja Super Da war kein Tunnel Scheiße Ja, die ersten Airdrops kommen doch direkt oder? Oder wann kommen die denn? Hehehe Irgendwie, also, ich meine Wir sollten einfach Holz farben, das war irgendwie komisch Die Taktik geht wirklich krank in die Hose, Alter Nee, aber war starke Taktik Hallo Tobi, ich sitze oben im Baum drinnen Lol Alter, so sieht die ja keinen Gegner Der Ba... Ja, ja, ich hab... Das Ding ist, ich verstehe die Hitbox von dem Baum nicht Weil der hat so verschiedene Hitboxen Ich bau den jetzt einfach ab, während ich drauf sitze Ist das dumm? Äh, du kriegst Fallschaden ein bisschen gleich Meinst du? Ich glaub nicht Wir sollten aufpassen und nicht, dass wir Airdrops verpassen, ja? Äh, ein bisschen Fallschaden? Ähm Ähm Ja, du bist auch fast tot Ja, wann kommen die denn, Alter? Muss erst mal die erste Zone... Jetzt gleich Die erste Zone muss erst mal kommen, oder? Komm, wir laufen erst mal in die Zone jetzt Ah, wir müssen den Airdrop-Tanz machen Das haben wir vergessen Tobi, hör auf Es gibt keinen Airdrop-Tanz Pass auf Und den hier Und dann ist da Loot Okay Und jetzt kommt der in 3 Sekunden 3 2 1 JAHUUU Ich wohn hier Oh! Da! Was? Ich hab ihn gar nicht gehört Der ist so weit weg Oh, der Hinteranspieler, 120 Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Digga, wir haben den Airdrop gar nicht gehört Wir müssen uns irgendwo verstecken Komm her Ich lass dich noch nicht mehr round, wo so wenig Airdrops sind Was war das für ne dumme Idee, Alter? Nein, das war ne gute Idee Der kommt gleich wieder Warte Wir können auch ohne Waffen gewinnen Das heißt ja bloß only Airdrop-Waffen Das heißt nicht, dass wir auch nicht gewinnen können So Aber wir können auch ohne Waffen quasi gewinnen Und dann ist die Challenge erfolgreich Weißt du was ich mein? Ne Bring mit mir mit Wir müssen den beschwören Oh me 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 Oh Kannst du bitte aufhören? Oh Das heißt Only Airdrop-Waffen Waffen genommen Sollen wir gewinnen das noch Wir gewinnen das noch Wir gewinnen das noch Wir gewinnen das noch Warte Hat das Haus ein Dach? Wir können ins Dach Welt nicht auf Das ist gut geflickt Eigentlich müssen wir das auf der anderen Seite auch machen Oh Gott bleib einfach hier bleib einfach hier Nein nein okay Man kann halt da durch gucken ne Also man sieht uns Oh Gott Ne ne einfach nicht bewegen Oh Gott Das wird ja richtig spannend hier Ich muss ja gar kein Popcorn herzuhalten Setz dich hin Es ist gleich nur noch ein Team Ja ist nur noch einer Oh Gott okay Pass auf Wie machen wir das? Keine Ahnung Ich habe keine Waffe Wie machen wir das? Ich auch nicht Es ist irgendein Profi Spieler Alter Der ist nach Zwei Stück Oh Warte Die sind nah Warte 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 Wo sind die? Ich seh die ich seh die Komm 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 Hier lang Nein Nein Ich lenk ihn ab Ich lenk ihn ab Okay Wie du baust Der AirDrop ist fast unten Komm haltest du Bau bisschen nach rechts und so Nein Ich bin fast unten Nein 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 Wir fliegen einen Hubschrauber Ja bei mir auch Also äh Du musst ihn ablenken Du musst weiter nach rechts bauen Du musst ihn nach rechts ablenken Sonst guckt er die ganze Zeit auf uns Oh nein er baut ne Treppe Okay der AirDrop ist gleich da Bitte lass da eine vernünftige Waffe drin sein Bitte lass da eine vernünftige Waffe drin sein Nein den Minigun Egal das ist schon mal nicht verkehrt Da ist noch einer runter gekommen irgendwo Wo war der? Alter Warte mal hier ist ein Hubschrauber neben meinem Haus Digga hörst du das? Oh mein Gott Ja der landet hier bei mir Hallo Tobi Tobi Wo ist der andere AirDrop gelandet? Ich weiß es nicht Hier ist gerade ein Hubschrauber bei meinem Haus Ich kann dir gerade helfen Digga was ist? Hubschrauber Tobi Ja Was? Warte ich komm gleich warte, warte Oh mein Gott Was? Okay, Leute, ich würde sagen, wir hängen eine Hunde hinten dran. Das war unreal. Was zum Tobi? So, Leute, nachdem Tobi mir jetzt Bilder von seinem Hubschrauber geschickt hat und er nebenan auf den Sportplatz gelaufen ist, hier gibt es mal ein paar Bilder von einem Hubschrauber zu sehen für euch. Sau interessant. Würde ich sagen, versuchen wir das einfach nochmal, Leute. Tobi, wir beide holen jetzt einen Win mit mindestens fünf Kills, okay? Insgesamt. Okay, sollen wir versuchen? Gehen wir in den Wald und formen? Lass doch Moisty gehen, Alter, oder? Moisty, Maja. Wir fahren erst mal wieder eine Menge, Menge, Menge Holz. Tobi, ich denke wirklich, dass du zurückgeblieben bist, Alter. Du bist da hinten? Wie ein 14-Jähriger? Der ist direkt zum Hubschrauber gelaufen. Ich habe eine halbe Stunde auf Tobi gewartet, weil er Hubschrauber gucken wollte, Leute. Moment, ich gucke auf die Zeit. Moment. Ja, wir gucken. Da ist der Pilot, da war ich noch nicht draußen. Und es war um... Okay, ich war eine halbe Stunde. Aber war trotzdem cool, oder? Ja, es war super. Es war für mich das tollste Erlebnis meines Lebens. Also, ich hätte nie was gedacht. Hat man den eigentlich so laut gehört? Man hat den krank laut gehört, Digga. Es war unendlich laut einfach. Okay, Digga, wenn wir das jetzt wieder so passiv spielen, lass mal den Knast rechts rum umrunden und nicht links rum. Also, bitte, du kannst sagen, dass die Round geil war. Ja, die Round war der Kid, also... Die war auch ein bisschen lustig, so. Es war actiongeladen und krass, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal eine High-Kill-Round haben mit Loot-Drop. Eine High-Kill-Round? Heute war jemand von mir zu Hause, der hat einen Teppich oben im Schlafzimmer bei uns verlegt. Das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Ja, aber du merkst schon wieder, dass die Airdrops hier auf jeden Fall runter regnen. Das kommt einfach gar keine, Alter. Es leben wieder nur 32 Leute. Was passiert denn momentan hier, Alter? Ja, wir chillen uns mal wieder da vorne hin. Es kann doch nicht sein, dass hier ist nur noch 29... Wo kommen diese Loot-Drops, Alter? Was ist denn das? Ja, aber wenn man normal spielt, dann höre ich wieder... Ja, eben, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Wir laufen gerade offen rum, Alter. Aber der kommt gleich, warte. Jetzt. Hör wieder auf runter zu ziehen, das funktioniert doch eh nicht, Alter. Okay, 3... Hier vorne sieht es aus wie ein Teletub. 3... 1... 0... 0... Okay. Oh, Gott, das will... Ja, ist hier... Da! Da hinten, da hinten, ich sehe ihn. Wo? Ist er weit weg? Ist er richtig weit weg? Ja, geht. Also, ich glaube, ja, über Anarchy Aceress, glaube ich. Das ist außerhalb der Border der Airdrop, dein Ernst? Ja, egal, wir müssen, Alter. Das ist unsere einzige Chance. Ach, da, ich sehe ihn da vorne. Der steht da vorne mitten am Feld, ne? Ne, ne, nicht mitten auf dem Feld, aber schon ziemlich mittig auf dem Feld. Tobi, komm, hör doch auf. Du weißt, solche Kommentare kannst du dir wirklich sparen, Alter. Dein Typ läuft dir hinterher. Lenk ihn ab. Der Typ sieht absolut gar nichts. Was ist da drin? Nade Launcher. Der Worst Case. Nade Launcher mit 10 Schuss. Ja, da oben ist dieser Typ am Berg. Da, wo wir jetzt wieder hin müssen. Der Typ kommt. Habe ich euch sehen. Der ist am Baum da. Ja, aber wie viel Munition hast du alleine? 10. Ja, siehst du. 10 Schüsse mit dem Nade Launcher. Nein, Tobi, nicht wasten, bitte hör auf. Das geht so in die Hose, Alter. Hör auf. Wann ist der Typ? Er hat mich getroffen. Airdrop da hinten. Ich schieße. Warte. Okay, wir laufen zum Airdrop, komm. Gut, dass ich so viel verhandelt habe. Oh, ich habe ihn gated. Ich habe ihn so gut gated. Letzte Kugel. Okay, muss los. Nochmal gated. Er ist so low. Uh! Er wird angeschossen. Da ist der Airdrop, Tobi. Komm zu mir. Au! Alter, der hat mir so Harts gegeben. Ich habe 58 AP. Komm, Digga, komm, komm, komm. Bete. Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Bete. Nein! Was? Nade Launcher. Nein! Wie sollen wir das schaffen? Wir gehen zum anderen Airdrop. Wir können jetzt nicht mit 10 Granaten gewinnen, Alter. Das geht nicht. Ich habe keine mehr. Oh. Das geht. Ich kann dir noch zwei abgeben. Ne, ne. Halt. Wir kriegen das schon hin. Vielleicht kommen sie auch einfach nochmal einen Airdrop runter, weißt du? Ja, das ist natürlich der beste Fall. Also ihr seht mal, Leute. Top 10 zu kommen, ist überhaupt nicht schwer. Man muss einfach gar nichts machen. Warum kommen denn keine mehr, Tobi? Die kommen gleich. Oh nein, da sind Gegner. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Echt jetzt? Ja. Nicht zeigen, nicht zeigen. Du darfst es nicht zeigen. Es reicht, dass er mich gesehen hat. Ich opfe mich. Wenn dann. Der guckt mich gerade an. Nicht, nein. Das ist John Wick. Das ist John Wick. Oh Gott. Höchstpersönlich, Alter. Der Airdrop kommt. Der ist direkt über uns. Ah! Ich muss laufen. Bitte schieß mich nicht an. Der Airdrop ist gleich da. Der Airdrop ist gleich da. Okay. Holst du ihn? Ja. Bitte. Es darf jetzt keine Scheißwaffe sein. Komm. Ist der John Wick noch bei dir? Ja. Warte, ich habe eine Waffe. Warte. Und? Eine Minigun. Nein. Und einen Jumpit habe ich. Okay. Hört auf. Wir haben davor auch mit Minigun was geschafft. Und jetzt werden... Ich kann dir nicht helfen, ne? Der töte mich. Wo ist der? Oh, die sind beide. Oh nein, die sind beide bei dir. Die haben Battle. Die haben aber Battle. Okay, zieh mich schnell hoch. Hast du eine Medikit? Oh, da vorne laufen die. Die kommen close. Die kommen close. Ich habe nur 84 Schuss mit einer Minigun, ne? Was? Ich könnte einen, glaube ich, knocken. Guck mal, da läuft ein Nosekinder gerade vor mir. Soll ich mit einem Raketenwerfer... Soll ich mit einem Netlauter reinballern? Ja, mach. Warte. Wir machen die jetzt weg hier. Direkt vor uns. Die Zone kommt hinter uns. Die Zone kommt! Ja, ja. Komm her, komm her. Du kannst dich wegballern. Oh nein. Oh nein. Das war's. Einer ist fast down. Einer ist fast down. Ich habe einem irgendwie 80 Hits gegeben oder so. Also 80er Hit. Komm schon! Ja, knock. Ein knock. The Mate is gleich down. Ja! 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 Was? Was? Wieder mit einem Kill. Was? Ja. Zwei Versuche, zwei Wins. Oh mein Gott, Leute. Okay. Ich habe mir eigentlich eine mehr actionreiche Runde gewünscht. Aber ihr merkt, Airdrops zu finden ist super, super nervig. Aber two tries, two wins. Kann man auf jeden Fall machen. Schaut bei Tobi vorbei. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.